Ja hallo, einen schönen guten Abend zusammen. Heute beschäftige ich mich folgendes Thema und zwar Wie gehst du mit deinen Lieben um, beziehungsweise mit den Menschen, die dir wichtig sind? Sagst du wirklich von Herzen klar und deutlich, schön, dass es dich gibt, schön siehst du aus und machst ehrliche Komplimente. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt Komplimente, die gibt es halt. Aber dann gibt es auch Komplimente, wo du spürst, der Mensch meint es tatsächlich wirklich ernst. Ja, das ist mir jetzt heute ein paar Mal passiert und ich finde es total interessant, was das mit dem anderen Menschen macht und auch mit einem selber. Erstmal kommt das Leuchten zurück oft bei den Menschen, weil sie sich gesehen fühlen und das ist ein wunderbarer Moment, ein Magic Moment sozusagen. Und ja, da freue ich mich von dir drüber zu hören, wie das dir damit geht und wünsche dir einen gesegneten Abend. Ciao, ciao.